Was geht Leute, mein Name ist Danny Justine, willkommen zurück zu einem neuen Video, ich bin wieder Fortnite, Battle Royale Und wir gehen zu, äh, wohin gehen wir? Das T-Depot, das T-Depot sieht gut aus, weil es nicht in der Linie ist Und man ein bisschen fliegen muss, und ich bin mir sicher, viele werden das nicht in Betracht ziehen Aber willkommen zu einer neuen Folge, heute ist mal wieder das Ziel, Platz 1 zu werden, wie eigentlich jedes Mal, wenn wir das Spiel spielen Ja, definitiv jedes Mal, und jetzt springen wir ab, versuchen zu das T-Depot zu kommen Und hoffentlich versuchen das nicht allzu viele, weil das wäre ein bisschen problematisch Ja, das wäre definitiv problematisch, aber, ich habe jetzt ein neues Skin, wie ihr sehen könnt Das ist der andere Halloween-Skin, den es auch noch gab Uh, da unten ist was sehr interessantes Ich kenne die Stelle leider gar nicht Und das T-Depot kenne ich sehr, sehr gut, deswegen ich würde schon gerne, sehr, sehr gerne da hin Aber ja, der S-K hat mir gefallen und der Gleiter ist anders Was jedenfalls sehr cool ist Ah, da kommt jemand in meine Richtung, was so ein bisschen, ja, taurig ist gerade Frag ich gar nicht, wenn jemand genau da hingeht, wo ich hingehe Willst du da reingehen, wo ich reingehe, oder in deine eigene? Ja, danke Danke, danke, dass du in deinen eigenen Ort reingehst, wirklich Bitte, hier ist eine Waffe Oh, sehr gut Ja, bitte, bitte Oh, immerhin eine Waffe, Leute Immerhin eine Waffe Bei weitem nicht die beste Aber besser als gar nichts Ist ja irgendwo in der Nähe wahrscheinlich, oder? Er kommt von wo? Er kommt von hier Oder er läuft weg Ja, verdammt Wo ist er? Hier mal ist genau links neben mir Der Typ, der stirbt gleich, oder? Du stirbst gleich, Buddy Du hast kaum Leben mehr Du hast kaum Leben mehr Der stirbst gleich, komm schon Warte, kann ich die Granate werfen? Das habe ich noch nie getan Noch nie in meinem Leben Und trifft sie, nein Komplett daneben, Leute Ah, der ist nicht tot Der Typ ist aber genau Oh mein Gott, nein Der Typ ist genau hier Genau hier irgendwo Ich weiß aber nicht, wo Hier war doch einer Jemand hat mir mitgeholfen Mit auf ihn zu schießen Leider habe ich keine Munition mehr gerade Was so ein bisschen selzend ist Ich weiß nicht, was ich tun soll Okay, wir sind glücklicherweise hier Ähm Kommt er hier irgendwo lang? Da ist er Wow, macht viel Schaden, die Waffe Nicht schlecht Oh ja, sehr schön Das war wichtig, dass ich den Kill bekomme Weil, ich brauche eine Waffe Und hätte ich keine Waffe Dann, äh, ja Hatten wir ein Problem Oh, da ist noch einer, glaube ich, oder? Hm Ich höre ihn Der ist hier irgendwo Ich weiß ja leider nicht genau, wo Aber er ist auf jeden Fall hier in der Nähe Da ist er Wow Alter Schwede Okay, Leute Gebt zu, dass es extreme Reaktionszeiten waren Was zum Teufel ist da geschehen? Okay Ich gebe zu, es war mehr Glück Aber ich habe mich so erschreckt Ich habe ihn gehört Und er wusste, dass ich ihn höre Er wusste, er hat mich nämlich auch gehört Also natürlich bin ich der Einzige, der hier Sound tourt Aber Das war brutal, Leute Und wohin soll ich das Nächstes? Theoretisch ist diese Gegend perfekt Es gibt keinen Grund, um irgendwo Irgendwo anders hinzugehen, denke ich Natürlich muss man da vorsichtig sein, dass man hier keinen sieht Weil es könnte natürlich sein, dass Leute auch hier sind Bis jetzt sieht es gut aus Ich habe seine Sachen bekommen Was nicht allzu viel ist Aber ja Wir haben zwei Kills Und jetzt warten wir, bis der Kreis kleiner wird Damit wir irgendwo entscheiden, wo wir hingehen Als nächstes Weil ich habe keine Ahnung Tomato Town ist eine Option Energy, Actress und Pleasant Park Das sind drei Optionen, die wir haben Da bin ich mal gespannt Und wir sind noch 51 Leute noch Das ist ziemlich viel, theoretisch Sehr viel sogar Wisst ihr was? Ich werde einfach warten Es gibt keinen Grund für mich, mich zu bewegen Weil wenn ich jetzt irgendwo anders hingehe Dann besteht halt immer so ein großes Risiko, dass man stirbt Und ich meine, wir haben eine gute Waffe Ich bin zufrieden Wir Ja, es ist zwar keine Scar Die Scar ist für mich die beste Waffe, denke ich persönlich Aber diese Waffe ist auch in Ordnung Ich glaube, das ist die M16, oder? Ich habe keine Ahnung Der Kreis wird kleiner Wir können aber warten, bis wir sehen Wo der nächste Kreis angezeigt wird Weil, was wollen wir sonst tun? Außer warten Da hinten baut jemand irgendeine Basis auf Ja, der hat sich da irgendwas aufgebaut So wie es aussieht Na, das ist ja sehr schön zu wissen Ich bezweifle, dass er weiß, wo ich bin Ich bin nämlich immer noch an derselben Stelle Weil ich langsam nicht mehr einsehe, dass ich über die komplette Map laufen muss Sagen wir, wir laufen jetzt hier hin Der Kreis wird dann hier kleiner Dann laufen wir von da Und dann müssen wir wieder zurücklaufen Mit dem Risiko, dass wir gesehen werden Weil natürlich Laufen ist deutlich gefährlicher Als sich irgendwo hinzukampen So ist es halt Das einzige Blöde ist Wir haben gerade keine Sniper Aber in zwölf Sekunden werden wir mehr wissen Oh, da wird geschossen Okay Ich höre was Ich gehe mal kurz da hin Weil ich höre Schuss auf jeden Fall, Leute Da hinten ist jemand Was? Ich würde da so gerne hin Aber nein Das werde ich nicht tun Das riskieren werde ich jetzt nicht, Leute Das war brutal episch Oh mein Gott Ich liebe dieses Gefühl Es ist... Oh nein Okay, das ist blöd Na ja gut Wo sollen wir hin? Warte mal Wo muss er lang? Nach da? Das heißt, der Typ dort hinten Wird hier lang müssen Richtig? Richtig? Ist er da irgendwo? Ne, ne? Na, er hatte da Da hinten Da hinten Da hinten ist der Typ Ja, schade Ich dachte, ich kann ihn einmal treffen Sodass er halt Schneller sterben würde Von irgendwo schießen die Wisst ihr was? Ich würde gerne da hin Ich riskiere es jetzt auch Ich will unbedingt hier hin Weil Oh Das ist natürlich geil. Keine Ahnung, was... Oh mein Gott, nein, 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 bitte nicht sterben. Oh, was zum Teufel? Das kann nicht wahr sein. Heil dich, bitte, heil dich. Wir haben nicht mehr irgendwas Gutes bekommen. Es war einfach nur dumm und riskant. Super dumm und einfach nur riskant. Heil dich schnell, Buddy, heil dich schnell. Wie zum Teufel? Was machen die Leute? Der hätte mich locker töten können. Ich war doch genau in seinem Filz. Oh mein Gott. Okay, Platz 19, Leute. Einer von 19 finde ich sehr gut. Leider haben wir nicht mehr allzu viel Leben. Was so ein bisschen problematisch ist. Und wir haben die Waffe nicht mehr bekommen. Das ist halt das Dumme. Wir haben die Waffe nicht bekommen. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Ich baue mal ein paar dieser Teile hier hin. So, lass mal sehen. Gib mir die Waffe. Sehr schön. Wir haben jetzt ein Stoffwinter, was wundervoll ist. Ich würde sagen, wir rennen einfach mal weiter. Aber unglaublich, Leute. Manchmal killt man die Gegner einfach so. Und das sind einfach Gefühle. Die kann man nicht beschreiben. Die hatte ich schon lange in dem Videospiel nicht mehr, dass ich mich so freue, einen Kill zu machen. Aber vor allem mit so einem Turnaround. Das war ja quasi ein Turnaround. Natürlich nicht so episch, aber der Typ hatte wahrscheinlich auch wenig Leben. Aber es war ein Turnaround. Und das ist das, was in meinem Leben zählt, okay? Kann ich mir eine Basis bauen? Ich glaube, ja, Leute. Ich denke, das müsste möglich sein. F3. Jetzt sowas hier. Genau. Viele Leute haben gesagt, ich sollte Basen bauen. Also definitiv sogar. Ja, worauf ich meistens eigentlich nicht gehört habe. Okay, nice. Alles ist fertig. Von da oben muss ich natürlich acht geben. Aber ich denke, das werde ich schon hören. Ich denke nämlich, es wird Leute geben, die hierher kommen werden. Nur noch 17 Überlebende. 17 Stück. Leute, schon allein wegen den Clips werde ich diesen Run hochladen. Ich meine, ich werde oft Zweiter oder so. Aber das eine Mal war ich, glaube ich, Sechster oder so. Was auch ziemlich in Ordnung war. Aber das Problem war, ich war nur zu Hause. Weil ich das Glück hatte und der Kreis einfach nur bei mir war. Und die Runde war einfach nicht spannend. Ich meine, ich hätte sich hochgeladen, wenn ich Platz 1 geworden wäre. Aber ich bin einfach nur in eine Falle getreten und bin einfach gestorben. War auch total lame, der Tod. Dann werde ich lieber erschossen. Kommt hier jemand lang oder so? Jemand muss hier lang kommen, Leute. Ich meine, ich sehe keinen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, jemand wird hier lang kommen. Auch wenn ich leider so wenig Leben habe gerade. Sehr, sehr unpraktisch. Da schießt jemand. Wo ist er? Ich habe gesehen, dass da jemand schießt. Beziehungsweise gehört. Ich habe nichts gesehen. Oh Gott. Habe ich Schaden genommen? Meine Seite hat keinen Schaden genommen. Diese ebenfalls nicht. Das bedeutet, er hat nicht auf mich geschossen. Er hat quasi einfach nur seine Position verraten, indem er geschossen hat. Ist sowieso nicht das Beste, was ich hier tue in meinem Leben. Kann ich noch das hier? Das ist ganz cool. Gibt uns ein bisschen mehr Schutz. Ja, sehr schön. Ja, perfekt, Leute. Da ist jemand. Zeigt er sich? Ah, jetzt hat er mich gesehen, oder? Wisst ihr was? Pass auf. Ich werde mir raten, vielleicht habe ich ja das Glück und ich treffe irgendwas. Der weiß nicht, was ich hier bin. Oh, eine Menge Schaden, Buddy. Ich würde dir empfehlen, dich zu heilen. Wirklich. Ich würde dir extrem empfehlen, dich zu heilen, Buddy. Na los, Treff. Na, komm schon. Ich versuche mal damit ein bisschen was zu treffen. Ja, ein bisschen, aber nur ein bisschen leider. Vielleicht kann ich jemand anders eliminieren für mich. Ich brauche nämlich Munition. Ich will die behalten, die Munition. Der vier Kills schon. Das ist episch. Vier Kills ist immer gut. Ah, verdammt. Da sehe ich gerade, wo wir hin müssen. Oh Gott, jemand schießt da. Er ist sogar ganz in der Nähe. War das ein Stuhlflinter? Ich glaube, ja. Oder Sniper. Stuhlflinter oder Sniper, Leute. Tja, da hinten baut sich jemand hoch oder so, was sehr interessant ist. Der Typ muss eine Menge Holz haben oder was auch immer der hat. Ist mir auch gerade vollkommen egal. Ich will einfach nur hier irgendwie überleben. Platz 11. Aber Platz 11 war ich schon tausendmal, Leute, gefühlt. Platz 1 war ich noch nie. Das ist halt das Problem. Ich will jetzt erstmal dahin trennen. Das ist leider in dieser Richtung. Oh nein. Ah, wir müssen über den Fluss. Oh Gott, nein. Ja, wir werden sterben, oder? Sieht nicht gut aus, Leute, für uns. Da ist auch bestimmt jemand, oder? Hm. Hm. Hundertprozentig ist da jemand. Und sobald wir gesehen werden, haben wir ein ganz großes Problem. Wir haben auch kein volles Leben mehr. Das heißt, so ein Turnaround wird nicht mehr so easy peasy, ne, gemacht. Sondern wenn wir gesehen werden, sterben wir auch. Vor allem, die letzten Spieler sind halt meistens auch die Besten der Runde. Was bedeutet, dass sie besser treffen. Nicht so wie der Letzte, der mich anschießen wollte und mich nicht getroffen hat. Okay, eine Minute und 28, dann wird der Kreis kleiner. Oder er wird jetzt schon kleiner, ich weiß es nicht genau. Jemand könnte in dem Haus sein. Könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass jemand da ist. Tja, wir werden es sehen. Er hätte, ich glaube, schon aus dem Fenster geguckt, oder? Ist hier jemand drin? Hier ist eine Waffe. Brauche ich aber gerade nicht. Ich werde einfach hier und deine eigene Festung aufbauen. Ich hoffe, ich habe genug Materialien. Wenn nicht, kann ich hier ein bisschen was abbauen. Genau, perfekt. Jetzt dann da hin und bau deine eigene Festung auf. Weil was Besseres wirst du nicht in der Lage sein zu tun. Da hinten ist jemand. Ist das jemand? Ich weiß es nicht, Leute. Okay, das ist gar nicht gut, aber er schießt nicht auf mich. Was in Ordnung ist. Verdammt, habe ich nicht andere Materialien? Komm schon. Genau, genau, genau. Jetzt nehme ich eine Treppe. Ich sage, ich habe keine Treppe bauen. Sehr schön. Ich bin im Kreis. Was dupi dupi ist. Ich glaube, ich könnte noch F4 drücken. Das wollte ich nicht. F4 und dann den hier machen. Ziemlich praktisch, Leute. Sehr schön. Okay, jetzt habe ich nicht genug. Schon okay, schon okay. Ja, die Lautstärke sorgt dafür, dass man nicht so gut hört. Aber so sollte niemand hochkommen, denke ich. Alles ist fertig. Okay, noch nicht. Jetzt ist alles fertig. Sehr schön. Oh Gott, jetzt ist er gleich noch kleiner geworden. Sechs Leute. Ich warte. Ich warte hundertprozentig, Leute. Aber das mit den Basen bauen, habe ich auch gelernt, dass es wichtig ist. Aber ja, eine Minute und dreißig habe ich noch. Ich werde warten und gucken, was ich machen kann in den 1 Minuten zu dreißig. Der Typ hat das Type, der ist, glaube ich, da oben, oder? Ist er da oben? Ja, wie sehen Sie den? Weißt du, dass ich hier bin? Ich glaube, er weiß, dass ich hier bin. Er zielt die ganze Zeit auf mich. Oh Gott. Kann man hier Wallshots machen? Weiß es jemand von euch? Was zum Teufel ist? Okay, was hat deine Lage? Ich gehe da mal lieber, ne? Ich verstecke mich mal lieber hier. Er weiß, dass ich hier bin. Ey, das geht daneben, Bro. Das ist nicht meine Basis. Weil der Typ muss ja echt gut sein, wenn er sogar meine Basis verfehlt. Also jetzt mal ehrlich. Na los, komm her. Kann ich bitte jemand eliminieren für mich? Bitte. Das wäre einfach nur ein Traum. Fünf Leute noch. Die hier leben. Ist er da hinten? Hundertprozentig, ich weiß da hinten. Ich warte aber noch 21 Sekunden. Oh nein. Bitte, hör einfach auf. Hallo, ich bin da hinterher. Ich bin nicht mein Sinne. Was ist mit dem Schief? Da hinten ist jemand, oder? Da hat jemand eine Basis aufgebaut. Das ist aber nicht im Fels. Das heißt, entweder er ist nicht mal da. Okay, sie wird jetzt kleiner. Das heißt, ich muss jetzt laufen gleich. Und es geht nicht anders. Na gut, er sieht mich. Er hat wie sowas von dem Visier, Leute. Okay, dann würde ich sagen, los geht's. Laufen wir. Laufen wir hier lang. Dann versuchen wir, irgendwie in den Kreis zu kommen. Und am besten so ein bisschen hinter dem Berg zu bleiben. Sehr schön. Der Typ, der da ist, muss herkommen, falls jemand dort ist. Da hinten ist jemand. Oh Gott, hinter mir. Hinter mir, hinter mir. Hör bitte. Was? Das kann nicht sein. Geht doch. Warte mal, ich werde beschossen. Von irgendwo anders gerade. Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Geh mir das. Geh mir die Shield Potion. Geh mir die Shield Potion. Sehr schön. Setz hier ein. Ah, Platz 3. Gott. Oh Mann. Ich wurde einfach gesnipert. Ah, es ist so ärgerlich. Okay, Leute. Schade. Sehr schade. Ich dachte wirklich, wir haben die Chance zu gewinnen. Aber nope. Nopey dopey. Okay. Das war's für die Folge. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und wenn du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Videocontents. Und wenn du schon abonnent bist, kannst du gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zähne Schauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.